Den schnellen Schritt beim Arbeiten ist der Feldbacher Stadtamtsdirektor schon länger gewohnt. Schließlich waren er und sein mittlerweile auf 230 Leute angewachsenes Team hauptverantwortlich dafür, die Verwaltungseinheiten von insgesamt sieben ehemaligen Gemeinden zusammenzuführen und daraus eine neue, schlagkräftige Stadtverwaltung zu entwickeln. Wir haben da auch die Schlagworte geboren, Feldbach neu positionieren, modern verwalten und zukunftsfähig gestalten. Das klingt gut, ist aber auch so. Das heißt, wir haben das wirklich uns zu Herzen genommen. Es ist hier Stadt und Land zusammengekommen. Feldbach war eine sehr kleine, kompakte Stadtgemeinde und jetzt ein Umland dazu. Es sind auch 3.000 in diese Stadtgemeinde hinzugefügt worden. Durch die Zusammenlegung mit Auersbach, Gniebing, Gossendorf, Leitersdorf, Mühldorf und Rabau entsteht die neue Stadt Feldbach mit 13.500 Einwohnern. In der Stadtverwaltung nutzt man die Fusion für einen umfassenden Modernisierungsprozess. In sämtlichen Bereichen werden Abläufe optimiert, Kompetenzen gebündelt und Teams neu strukturiert. Und angesichts der massiv angewachsenen Datenmengen wird auch die EDV neu aufgestellt. Mittlerweile mussten wir umstellen auf Datenbanken. Wir haben viele Dinge erfasst, wie Straßenkilometer oder Leitungsnetze und Ähnliches. Und arbeiten jetzt ganz einfach anders, also strukturierter. Und mit diesem größeren Apparat muss man das anders angehen. Schritt für Schritt gelingt es, das Bürgerservice im gesamten neuen Stadtgebiet zu verbessern. So bringt etwa die Zusammenlegung der Bauhöfe eine spürbare Qualitätssteigerung in Sachen Infrastruktur und Grünraumpflege. Die Arbeitsabläufe sind schon so gesteuert, dass man wirklich das in einem Tempo durchziehen kann, wo man sagt, so soll es sein. In die neue zentrale Verwaltung sind auch die früheren Umlandgemeinden eingebunden, so wie hier in Mühldorf, wo man im ehemaligen Gemeindeamt die neue Baurechtsabteilung angesiedelt hat. Damit wird auch das Bürgerservice in Mühldorf bestritten und damit haben wir vor Ort auch eine Institution, die diese neue Stadt Feldbach repräsentiert. Mittlerweile sind auch die meisten früheren Fusionsgegner von den Vorteilen überzeugt und die Ängste vor allem in den kleineren Ex-Gemeinden verschwunden. Es ist auf uns draußen nicht vergessen worden. Es ist im Wegbau, im Wasserleitungsbau sehr viel geschehen. Es sind die Kinderspielplätze saniert worden. Es ist unsere kleine Landfußschule wieder saniert worden und nach wie vor voll im Betrieb. Es ist eine sehr positive Stimmung eigentlich. Ich vernehme vor den Bürgern eine sehr, sehr hohe Zustimmung. Ich glaube, dass wir sicher bei 95 Prozent liegen und dass wir mit der neuen Stadt Feldbach eine neue Identität schaffen und dass wir auf Richtung Zukunftsfähigkeit unterwegs sind, was ja die Vision des Steirischen Vulkans auch ist.